Moin Leute! Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Dungeons mit dem kompletten Freedom Squad! Wenn ihr Bock auf mehr habt, lasst ein Like da und jetzt wünsche ich euch allen viel Spaß! Ich muss sagen, ich liebe meine Klebe, die hat einfach eine insane Range und hat Lifestyle. Boah, was ist das denn? Ich hab ein Claymore, Level 26, das macht 67 bis 119 Nahkampfschaden. Boah, aber schlägt wahrscheinlich auch recht langsam zu. Ja, das stimmt. Mächtiger Rückstu- und es kann halt nicht... Wo kommst du denn her? Hier wird neu gestartet oder so. Ja, egal, ich bleib jetzt bei meinem Kram. Hier, Rüstung, ich brauch einfach eine bessere Rüstung. Die finden wir aber jetzt, denn es geht... Oh, guck mal hier, das ist ja alles ganz neu. Mit den Obsidian-Gipfel. Oh, das Finale, meine Damen und Herren. Missionsstarten. Hallo, ich bin nicht da! Achso! Ja, wusste ich nicht. Wie viele Smaragda habt ihr noch? Also ich hatte, bevor ich gerade gegambelt hatte, glaube ich 2000. Ich hab nur noch 100 oder so. Okay, Maudado hat alles raus. Ja, da hau ich auch alles raus. Ja, Zombie hat gesagt, der hat mal einen längen Nähren gewonnen. Davor holte ich mich. Ja komm, warte, ich gammel noch einmal rein. Einmal geht noch. Cool, Müll, danke. Boah, ey, wenn dieses Claymore einfach einen Lebensentzug hätte, das wäre so krank. Ach ja, stimmt, warte mal, ich kann das ja testen. So, guck mal, so mach ich mit meiner Spitzhacke. Boah, Alter! Maudado! Ja, aber ich hab den Pilz grad an. Achso. Ja, warte mal, bis ich meinen Pilz anmache, dann wirst du richtig in den Staun kommen. Warte, 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 achte, 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 achte. So ist normal. Und jetzt, Pilz aktiviert! Vermängel sich seinen Schaden. Warte, ich mach jetzt meinen Pilz an. Pass auf, Alter! Bam! 178. Wie jeder den Pilz hat. Okay, wir ziehen einfach mal los, Jungs. Das Finale, meine Damen und Herren, der Obsidian-Gipfel. Let's go. Ach nee. Im selben Schwierigkeitsgrad. Ja, ne? Ähm. 22. Ja, also eins höher wäre zu krank gewesen. Heikling. Hier lief doch gerade gut. Der Erz-Illager ist auf den Befestigungswall von Burg-Hochblock geflohen, aber er kann nicht weit gekommen sein. Teil dich und kämpfe dich bis zum höchsten Turm durch. Der Erz-Illager und seine Terror-Herrschaft finden heute ein Ende. Ja, Terror-Herrschaft, lassen wir nicht zu. Der wird bestimmt nett. Oh, ist er. Oh, da ist er ja. Ah, ich bin ein Lava, Hilfe, Leute! Ich muss dich aufheben. Tschüss. Ahhhh. Wir sind da gerade... Wir sind da gerade... Was zur Hölle? Ich krieg so viel Schaden. Nyaa. 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 Uiuiui. Oh cool, wow. Bam, Alter. Oh Gott, jetzt hab ich mein Ding jetzt activated. Jetzt muss ich doch schlagen. Oh, jetzt geht's doch weiter. Komm, Palette. Wir holen uns den geil. Oh nein. Oh Gott, wir sterben. Hilfe. Hilfe, ich, ich, ich. Ich seh mein Ende. Hast du da gerade einen runtergeschraubt? Ja, hab ich. Halt ihn so viel aus. Was hat die Rasenschleller? Oh Gott, keine Ahnung. Mit dem irgendwie so Verzauberungen. Wie wir sie da runterkicken. Wahrscheinlich vom Erz Illigilum. Illigilum. Da, da ist doch schon wieder so ein blöder Magier. Verpiss ich. Schnell reinschlagen für mehr Damage. So. Oh Gott. Oh, das war scheiße. Das war scheiße. So, Alter. Du machst das von unten. Ja, ich hab, ich hab viel Damage gerade gemacht. Zack, Alter. Ich töte alles. Ja. Ich räume auf hier. Oh Gott, oh Gott, jung. Ah, stimmt, weil ich sie gestunt hab. Oh, oh, nice. Ah, die war mal fertig. Aaaaah. Hehehe. Hehehe. Die finstere Rüstung. Als ob. Eine 24er finstere Rüstung. Ja, klar. Ich bin wohl falsch abgebogen. Wo seid ihr? Oh, wo seid ihr? Schafft ihr das? Nein, ich brauch Hilfe. Oh Gott. Okay, ja gut. Komm, komm. Komm. Kann mich einer aufheben? Wo bist du denn? Ich kann nicht porten. Ich bin echt gestanden. Danke. Ich mach das. Ich mach das. Jungs, jetzt komm ich da rein da. Kann man Stunt haben, wenn man landet? Oh, wie gut. Oh, jetzt bin ich, jetzt bin ich richtig gut drauf. Mir gefällt gerade mein Char. Mir meiner nicht. Ich bin irgendwie super schnell tot. Nicht darunter. Gehst du wieder zu? Hoffentlich hat die finstere Rüstung gute Verzauberung. He? Whiiiiievalch He, ich bin... Ich habe es nicht geschafft. Leute, ich steh hier unten. Hilfe. Juntus, ihr Peled микatное Road. vielen Tot. Palermo jetzt, jetzt. Wo bin ich? Ah, ne。 So. Zack, Alter. Oh Magia. Magia. Ne. Nicht mit mir. Räum auf, Zombie. Ich bin tot. Los Köcher, steh ich denn, darüber. Was wollt ihr denn? Ich hab den Hammer vom Ragnaros. Oh, entzünde das Leuchtfeuer. Ah, hier oben links ist... Ja, aktivier's. Sehr gut. Der hat den Knaller gezündet. Hat jemand ne bessere Heilung als Maudado? Der ist eine Rüstung! Oh! Eine Beschwörer-Rüstung. Probe. Jetzt guckt euch das an, guckt euch das an. Das ist der neue PTC. Bam! Der geht hier nämlich durch. Und rein da. Oh, wer bist du denn? Redstone Ghoul. Kann ich den auch verlangsamen? Ja, ich kann den auch unter Sloll verlangsamen. Okay, dann tanken wir dann einfach wieder. Ja, den tanken wir. Der ist auch da. Oh, ich hab mal der macht gar nichts. Ich kenne sogar Stun mit meinem Sprung alle zwei Sekunden. Toll. Der Arme. Ja, der Endboss wird auf jeden Fall fertig gemacht. Wir haben das Spiel einfach durchgespielt. Komm, Maudado. Maudado, komm mit. Ja. Komm, fang mit. Ich hab nix von dem Loot. Ja, ihr geht weiter, ihr macht die Story, wir holen den Loot. Okay. Ich seh, wie ihr hinterherlauft. Nee, Palette ist um meine Story. Ja toll, wenn alle looten, dann muss ich auch looten. Oh, komm Maudado, fertig. Oh, der wehrt sich ja diesmal. Hä? Ja, warum das? Das ist ja verpackt. Alter Schwede. Okay, sehr gut. Sehr gut. Oh, der leeren Rufer. Oh, noch eine Verbaldkiste. Oh, ein epischer Bogen. Also ein legendärer. Oh, noch ne finstere Rüstung. Oh, für ne Paluten, für ne gute Surfer. Oh, guck dir das an, was ich hier für geschossen. Wegschieß. Oh, die sind richtig cool aus. Und ich hab sogar noch zwei Verzauberungsplätze. Wirbelt euch zu mir, komm, ich sprinte einfach. Macht einfach einen Teleport zu mir und dann seid ihr direkt in der Action. Ich hab Angst. Ja, ich auch. Er fliegt jetzt in die Lava. Oh, hallo. Flieg in der Perle. Hallo. Ich bin da. Tschüss. Sehr gut. Und rein. Oh, und wieder raus. Oh, wieder zurück. Oh, was ist das denn? Oh Gott. Oh, Alter. Hier sind ein paar gute Jungs. Aber das ist kein Problem für Paletto. Oh, das ist ein kleines Schmidka. Ich hab dich. Ich hab dich. Hab ihn. Noch ne finstere Rüstung. Oh, ne geile, glaub ich. Ne geile Rüstung. Aua, ich bin fast tot. Ich bin tot. Vorsicht. Raus. Nein. Jungs, mich hat's erwischt. Nicht der Coole. Nicht der Hübsche. Oh, das muss kommen. Oh, Alter. Die finstere Rüstung. Ne finstere Rüstung. Palette, danke. Ja, ich hab hier so ne 27er. Obwohl, die ist nicht so gut. Alter, die zieh ich an. Die ist... Ich hab so viele hier. 27er hast du? Ne, ich hab auch ne 29er. Mit Dornen. Oh, das bin ich schon immer ausgemacht. Danke. Ja, okay, na. Das ist für mich und Mängel kein Problem. Richtig einfach hier. Richtig einfach. War mal, Alter. Das war ein Problem für euch, Jungs? Ne, das ist alle richtig gelassen. Die beiden hier sind ein Problem. Der kriegt ja keinen Schaden. Die beiden. Ja, die sind durch irgendwas verstärkt. Ich weiß nicht durch was. Ich weiß auch nicht. Das ist ja... Hilfe. Oh Gott, Hilfe. Aua! Aua! Hallo, hier ist weg der Bus, Leute. Ja, ich bin bei dir. Der ist distant. Oh, ich bin fast tot. Ja, ja. Ne, die haben irgendwie Schutz. Das ist vorbei. Oh Gott. Fier vom Mordat oder was? Also, aber dieses Mal hab ich's nicht auf euch geworfen. Hat sich aber so angefühlt. Eieieieiei. Und schon sind wir wieder draußen. Paluten kennt den Weg. Ich weiß es. Weil ich... Oh, da ist hier wieder so ein Golems. Oh, ein Fettie. Damage. Max Damage. Mach da ein Heafeld. Einfach rein. Wir haben keinen... Ich hab keinen Heafeld mehr. Hallo Freunde. Aua! 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 Sauber. Sauber. Er ist tot. Gib den nicht auf. Was soll das denn heißen? Ja. Unsalut. Schwere Rüst. Äh, finstere Rüst. Was bekomm ich? Nix. Schade. Ich auch nicht. Schade. Ich hab da noch einer. Noch einer. Mal Sven hier aber... Ist ja ein bisschen inflationär. Ist ja ein bisschen inflationär. Ja. Aua. Aua. Aua! 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 Kann mich einer. Danke. Ja, Reif. Nehmeh. 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 Geil. Egal. Hier fällt. Oh Gott, ich bin fast doof. Ja. Wäre gut. Level Aufstieg. Warum bekomm ich immer... Nehmeh. Nehmeh. Vorsicht. Vorsicht TNT. Hä? Oh Gott. Oh, hier ist ne Kiste oben. Haben Creeper gehört? Oder war das ein Relife? Das war ein Relife. Das war ein Relife. Okay. Die sind wieder bei euch in der Gegend. Aaaaah. Hehehe. Ey, warum ist der Creeper... Der Creeper. Der Iron Goaler stärker als die anderen. Was ist das? Wow. Ich krieg immer noch einen Muster. Ich krieg immer noch einen Muster. Was für ein Scam. Ach, ihr Erz Illiger. Oh Gott. Oh Gott. Äh. Ich mach mal rein da. Ähm. Ähm. Ich bringe aber die ganze Zeit. Die sind immer gestanden. Ne, man kriegt einen Schaden. Danke, 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 danke. Ja, die haut trotzdem zu. Einfach drauf. Einfach drauf. Ich muss wegrennen. Oh Gott. Jetzt. Sehr gut. Ich weiß auch nicht, wo ich bin. Ich hab da ein paar Brote knifften fallen gelassen. Sehr gut. Sehr gut. Durchgeschmiert. Boah, wenn man dieses... Dieses eine Ding da anmacht. Oh, hier den Magier. Ohp. Da macht man so viel Schaden. Komm, ey. 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 Schmeicht da rein, ja. Damit haben die nicht gerechnet. Erfarmte Kills. Leute, lauft weg. Lauft, lauft. Oh Gott, oh Gott. Ah, ich bin gefangen. Absolut. Du hast überlebt. Ja, ja. Ich hatte noch mein... Dadurch, dass ich nen Trank getrunken hab, krieg ich 90% weniger Schaden. Oh, ja. Oh. Ja, nice. Endlich ne Beschwörer-Rugel. Oh, ne 23er-Waffe mit 100 Schaden. Ich sprinte, Leute. Ich sprint. Wartet euch zu mir dann. Okay. War echt viel Laufweg. Oh, ich muss so... Ja, mach einfach. Nein, erst, erst besiegen wir den Erz-Eliger. Hau. Dann aufs Klo. Dann darf ich erst wieder fliegen. Hau. Bisschen Respekt. Oh, es geht hoch. Wir laufen grad nach oben. Eieieieiei. Immer ein Zeichen für den Boss. Oh, rechts oder links. Hui. Boah, egal. Beide. Wir gehen nach oben. Oh, jetzt. Oh, da fliegt der, Alter. Ja, ja. Hier kann man so... Ui. Vor- und zurück teleportieren. Vielleicht brauchen wir das gleich. Oh, oh. Das spielt alles. Alter. Oh, oh. Oh, oh. Hey, als ob wir... Pull die PS. Wir können immer stehen bleiben. Der kann ja gar nix. Oh, der kann ja gar nix. Oh, okay. Oh, was ist das hier? Oh Gott, Alter. Boah. Was ist einfach One Hits? Oh, ne. Oh, ne. Der hat gelacht. Ja. Oder Maudado. Einer von beiden. Ja, wir haben... Aber ich glaube nicht. Auf den kleinen. Auf den kleinen. Auf den kleinen. Auf den kleinen. Nein, Sommel. Oh, was ist das denn jetzt? Oh, ich glaube da raus. Das ist ein Zauberstab. Oh, oh. Was ist das denn? Ach so. Ender, man. Alter Schwede. Er rastet aber auch noch. Niemal. Lauf, 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 lauf. Lauf durch. Ja, ja, ja. Ich hatte mein komisches Ding. Oh Gott. Oh Gott. Lauf, lauf, lauf. Oh Gott. Ja, das ist Teure. Sommer lebt. Also alles gut. Wess, 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 wess. Wess, 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 wess. Ja, perfekt. Okay, ich hab's nicht geschaut. Mich hat eine Spinde vorgelegt. Nein. Oh mein Gott. Entschuldig. Ja, ich schaff das. Alter. Warum rastet der Schwierigkeitsgrad plötzlich so aus? Entschuldig. Ich schaff das. Junge, was ist das denn? Bitte, bitte einfach nur keine Drehlaser mehr. Ja, einfach nicht treffen lassen, Leute. Ja, tot. Okay, Drehlaser. Einfach laufen. Ich steh hier nicht drin. Ich konnte einfach nicht hin, weil der Abstand stand. Ihr wollt mich doch verarschen. Oh, oh, shit. Oh, 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 shit. Ohne wer, was ist das denn? Okay, Leute, haben wir irgendwie eine bessere Taktik? Ja, ich schieß Pfeile drauf. Ja, nicht sterben. Ja, Abstand halten, nicht sterben. Das ist eine gute Taktik. Beide schießen ins Echtnissen. Alles da. Alter, ich bin immer tot, bevor ich überhaupt sehe, dass wir hier ein Pläser auch. Ja, ja, ich auch, genau. Okay, warte, 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 alles ganz gut. Alles gut. Oh, 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 oh. Hallo, ich liege hier aus. Oh, ich mach jetzt mal Damage. Ja, Alter. Ah, Alter. Binne? Ne, hier sind ja noch Gegner. Oh, die Spinne hat mich festgesetzt. Ach, Kiefer. Nein. Ist das ein Kiefer gesprengt? Nein. Warte mal, warte mal, warte mal, lass mal ganz kurz hier stehen bleiben. Ja. Aber wir haben ihn doch schon zum Tritt. Haben wir irgendeinen? Wir haben ja gar keine Chance. Was, was wollen wir machen? Rein. Rein gehen und nochmal besser, besser spielen. Besser spielen. Okay. 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 So, ich geh aber in eine Ecke. Genau. Ich geh einfach drauf, Alter. Oh nein, ich... Ah, okay. Okay, okay. Damage, 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 Damage. Damage Phase. So, jetzt wieder aufpassen. Dodge, Dodge Phase. Warum bewege ich mich? Oh Gott. Die habe ich mich gerade nicht bewegt. Ich bin tot. Nee, ich bin manchmal gestunnt und weiß nicht warum. Ich will das Trampolin benutzen, aber ich teleportier jetzt nur durch die Map. Game over. Also ich bin da drauf gelaufen und mich jetzt immer wieder zurück teleportiert. Alter. Okay, Leute. Das war's mit der heutigen Folge von Minecraft Dungeons. Lasst auf jeden Fall ein Like da, wenn ihr Bock auf mehr habt. Schaut unbedingt noch bei German Let's Play. Zauber und Maudado vorbei. Und habt jetzt alle noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Tschüss.